Ja, in dir. Klar. Hab ich schon mal gemacht. Sehr cool. Oho! Würde ich sicherlich immer wieder machen. Fall mal mit, Lukas! Warum hast du dich erschocken? Was ist denn dabei? V-R? Oder was? Ja, V-R ist super cool. Das hab ich mir nicht so richtig vorgestellt irgendwie. Warum? Nee, schon vor du drehst dich dann um. Dann fahr noch mal. Ach, du wirst hier raus. Was? Was? Ironie! Hab! Ne, wenn du jetzt so redest, so. Sag das mal im Ping. Und hast du jetzt schon mal Golfit in VR gespielt? Ich hab Golfit noch gar nicht gespielt. Selbst davon. Mal selbst Magus und... ...Marmen haben es gespielt. Das ist noch ein Team. Da drüben sind sie. Wo? Ja, da wo der Ping ist. Im Osten. Da wo die Sonne aufgeht. Da sind sie. Da ist aber keine Sonne. Vielleicht nicht mehr, weil die Sonne für die jetzt gleich untergeht. Oh, oh, ich bin tot. Nein. Nein. Da. Ah! Können wir den jetzt gleich passen, oder was? Wow! Weiß ich nicht. Du, ne, was? Hey, Bart! Sieh ihm von 8. Geh ihr euch. Danke. Oh nein. Oh oh! Nein, 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 nein! Lukas hinter dir kommt auch noch ein. Also dumme Sau. Dumme Sau. Lukas schafft das. Ich fauber ihn. Er hat's geschafft. Ey, Bart, das ist. Ich hab beliebt. Ja. Jo. Luca, du bist echt ein geiler Hengst geworden, ne? Ähm. Ja, ja, ja. Ich hab über 5000 Punkte bei Twitch. Ja, ja, ja. Ich hab über 5000 Punkte bei Twitch. Wir kommen perfekt weggepackt, man. Sehr gut. Weil ich sehr gut zugeschaut habe. In letzter Zeit. Oh, shit. Not good. Oh, shit. Ich hab selbst 5 Stunden laufen lassen, obwohl ich nicht zugeschaut habe. weil ich mein Handy umgedreht. Ja. Ist doch super. Weil ich die Punkte brauche. Ich bin ein Junge, brauchst du die Punkte. Geil. Demnächst wird Lara in MC Rossi Points bezahlt. Ich bin ein Junge, brauche die Punkte. Gib mir Punkte. Gib mir Punkte. Ich brauche Punkte, Max. Hier ist der Gegner. Das hast du nicht gewöhnt. Ich hab mich einmal gefragt. Ich habe mich einmal gefragt. Ich hab mich einmal gefragt. Äh. Was bist du denn? Du? Ah? Ich bin mal. Du Mann. Rennen. Wenn da wird noch einer auf Abseits. Du hast dich dann geschlossen. der wurde durchlöchert für das die zone so klein ist sehen wir echt wenig klingt da hinten sind noch zwei stück dann stabilieren uns hier ist auch noch einer, der reklamiert auch noch auf Abseits der wird gefickt na sowas von da wollen sie noch zwei ja ich seh die kommen in die richtung hier und einfach mal 20 schaden oh fuck ey den will ich wen willst du aber hier ist doch noch einer du musst in deinen kollege hin muven 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 du musst in der anderen kollegin die waren so zweit ich hab' mich getroffen ich hab' mich getroffen es war kaputt letzten habe ich geholt er hat auch keine chance hat mir schon fast leid ich habe 5700 man kann ich leider leider nicht mehr bereit machen da unten ist auch einer die verpissen sich er hat sich nur sehr gut an beschützen beschützen du bist dich jetzt war es nicht verstanden er trägt einfach minis das könnte vielleicht auch noch ein bücher werden wahrscheinlich heute ist das ist ein epischer wird er wird geschossen und ich glaube ich werde hoch sogar sagt er 13 kills ja nicht mit neuem klapp hinter dir ich hab sieben wie viel jetzt hat der typ 13 bei max wird geschossen wir sind aber noch in voller stärke hier ich will mir das motorrad die kille klauer dürfte noch einer da sein er liebste äh lasse den pickaxe ok wo ist er denn lass den pickaxe ja wo ist er denn hier Der wartet auf uns. Episch. War das mal eine geile Runde oder war das eine geile Runde? Ich muss jetzt das Mast versetzen. Zwei Epische hintereinander. Hä? Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblings-Streamer und Content-Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht.